Wer bist denn du? Das ist Pantao das Schulmaskottchen. Er hat Zauberkräfte. Ja, toll. Aber echt jetzt? Er kann sich unsichtbar machen. Und wenn du irgendein Problem hast, dann kommt er und hilft dir mit seiner Zauberei. Wow. Das ist echt cool. Ja, und wenn du das wirklich glaubst, dann bist du noch grüner hinter den Ohren, als ich dachte. Ja, das ist echt cool. 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 Das ist total krasser Wahnsinn. Ja, das ist echt cool. 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 Ja, das ist echt cool.